und Carmen Sturm Herzlich Willkommen im Jeseke 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 Nicht unerwähnt, die Sankt-Sebastian-Schutz-Brüder Schaffer-Topf mit dem Vorsitzenden Uni Neuen. Hallo Uni. Gefolgt von dem Bezirksverband Mönchengladbach-Reit-Korch-Schumbruch, meinem Bezirksverband, angeführt vom Bezirksbundesmeister Horst Thoren mit seiner Schützlinie, mit dem Bezirkspah, mitzirkskönig Michael Kremmer, Minister Frank Jumann und Wolfgang Steffens mit Damen, sowie dem Regimeister Heinz-Jurich Katz. Die aus Mönchengladbach sind mit 60 Leuten angereist. Als nächstes gefolgt der Bezirksverband aus Monschau, aus der Eifel. Danach der Bezirksverband aus Niedergrüchten, Vorsitzender Stefan der Haag, Bezirkskönig Marco Becker und Ann-Kathrin Fischer. Aus dem Bezirk Stolberg begrüßen wir recht herzlich die St. Sebastianus Schütze im Bruderschaft aus Stolberg von 1659. Vorsitzender Stefan Dongs, Königin Nathalie Konzen, Jugendprinzessin und Bezirksprinzessin Jana Schäffen, Schülerprinz Mike Bles und Mini-Prinzessin Jacqueline Bauer. Wir kommen langsam zum Ende. Zwei Vertreter vom Bezirksverband Viersen-Mitte.